Sie sind hier, 4. Juli 2018, 15.45 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern Simon Seeferings Mitte, feiert sein Tor gegen den 1. FC Saarbrücken Urheberrecht Getty Images der TSV 1860 bindet einen Großteil seiner Meistermannschaft langfristig. Gleich sieben Spielern verlängern ihre Verträge. Der TSV 1860 München hat die Verträge von Christian Köppel, Eric Weger, Marco Hiller, Simon Seeferings, Johann Hipper, Philipp Steinhardt und Daniel Wein, teils vorzeitig, verlängert und damit ein Großteil der Meistermannschaft der Regionalliga-Saison 2017-2018. Auch über den 30. Juni 2018 hinaus an sich gebunden. Geschäftsführer Michael Scharold, wir freuen uns, dass wir Leistungsträger aus der Vorsaison weiter an uns binden konnten. Sie haben maßgeblich zum Erfolg und Aufstieg in die 3. Liga beigetragen und identifizieren sich darüber hinaus zu 1860% mit dem Klub. Für uns war von Anfang an wichtig den Kern der Aufstiegsmannschaft zusammenzuhalten.